Hallo, ich bin Ulrike von der Gröben. Herzlich willkommen zu Ein Tag in meinem Leben mit Revitive. Ich zeige Ihnen jetzt mal, wie ich meine Revitive im Alltag nutze. Wenn ich zum Beispiel eine anstrengende Woche habe, in der ich viel rumlaufe und lange stehe, dann kann es schon passieren, dass meine Beine nach dem Aufwachen steif sind, ein bisschen Schmerzen. Dann mache ich schon morgens eine Therapiesitzung, um meine Beine auf den Tag vorzubereiten, wie ein Workout, nur viel entspannter. Gleichzeitig kann ich mich dann auch direkt den schönen Dingen widmen und ganz entspannt frühstücken. Anfangs war es noch neu für mich und ziemlich gewöhnungsbedürftig, währenddessen zu frühstücken. Aber ziemlich schnell gehört die Therapie dann zum Alltag für mich. Und ist zum Frühstücken morgens keine Zeit, dann nutze ich Revitive am Schreibtisch. Am Ende eines langen Tages entspanne ich gern vom Fernseher. Mein Name ist Ulrike von der Gröben. Und nutze dabei meine Revitive, um den müden Beinen noch was Gutes zu tun. Auch wenn ich manchmal tagsüber keine Zeit finde, abends verzichte ich nie auf meine Revitive. Beine fühlen sich einfach leichter an und ich kriege vor allen Dingen keine nächtlichen Krämpfe. So kann ich dann wirklich meinen Schlaf genießen. Und das war's. So verwende ich meinen Revitive Medik täglich, um meine Durchblutung anzukurbeln und meine Schmerzen in den Beinen zu lindern. Durch die tägliche Gewohnheit erziele ich die besten Ergebnisse. Nicht mal eine Stunde am Tag. Und das, während ich andere Dinge tun. Verraten Sie mir in Ihren Kommentaren unten, wie Sie Ihren Revitive Medik nutzen. Ich bin Ulrike von der Gröben. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis bald.